Die Oberin wirkte wütend wie eh und je, aber da war auch noch etwas anderes. War das etwa Angst? Lilly musste sich irren. Trödel nicht rum! Servier dem Doktor und mir einen Tee! Haben Sie Geduld! Lilly wird ihre Aufgabe erfüllen. Meine neue Methode ist unfehlbar. Das war also dieser Doktor Marcel, von dem alle sprachen. Ähm, du weißt, was du zu tun hast. Tu es! In einigen der Tassen waren Bissspuren. Der Beruhigungstee schien nicht gut zu wirken. Psst, Lilly! Das war der Beruhigungstee der Oberin. Vielleicht sollte sie die Marke wechseln. Keine Angst, Lilly. Ich bin es. Herr Red, verhalte dich bitte unauffällig. Du wurdest von Dr. Marcel hypnotisiert und stehst komplett unter seiner Kontrolle. Aber mach dir keine Sorgen. Ich kann dir helfen. Dafür musst du allerdings in meinen Geheimraum kommen. Der Zugang befindet sich vor dem Büro der Oberin, in der dunklen Ecke neben dem Kamin. Nein! Vorher benötige ich aber noch deine Hilfe. Ich beobachte die Oberin und den Doktor schon seit langem. Und ich bin kurz davor, ihre üblen Machenschaften aufzudecken. Alles, was ich dafür brauche, ist ein Geständnis. Hier, nimm dieses Tollkirschen-Extrakt. Es handelt sich um ein Wahrheitsserum. Schütte es der Oberin in den Tee. Sobald sie davon trinkt, wird sie all ihre Geheimnisse ausplaudern. Hast du das verstanden? Aha. Excellent. Lilly, was treibst du denn da? Du sollst uns Tee kochen und nicht irgendwelche Gemälde betrachten. Na, seien Sie doch nicht so streng mit ihr. Lilly wird ihre Aufgabe erfüllen. Aber ich muss gestehen, dass ich ihre Galerie ebenfalls schon bewundert habe. Äh, besonders interessiert mich diese Stickerei dort. Sie fällt ein wenig aus dem Rand, finden Sie nicht? Ach, die. Äh, das ist nur eine alte Erinnerung. Kaum der Rede wert. Ich kann mich nicht einmal entsinnen, sie dort aufgehängt zu haben. Kennen Sie nicht? Interessant. Was soll das überhaupt darstellen? Ein achtbeiniges Einhorn? Es ist nur die Stickerei eines dummen, verantwortungslosen Kindes. Nichts weiter. Mhm. Zuerst musste da noch Tee in die Tasse. Diesmal wollte Lilly alles richtig machen. Lilly, du ungeschickter Hund. Nichts nutzt. Willst du mich unbedingt vor dem Doktor blamieren? Hm. Das ist merkwürdig. Die Hypnose ist unfehlbar. Scheinbar war es wirklich nur ein Missgeschick. Das ganze Kind ist ein einziges Missgeschick. Wenn ich könnte, dann würde ich es... Aber, aber, Frau Oberin. So beruhigen Sie sich doch. Lilly wird ihre Aufgabe erfüllen. Nicht wahr, Lilly? Aha. Na also. Dann bring uns doch bitte einen neuen Tee. Ja? Sei so gut. Lilly ließ sich nichts anmerken. Aber sie stand kurz vor einer Panik. Neuen Tee zu servieren war ja kein Problem. Aber wo sollte sie jetzt neues Wahrheitsserum herbekommen? Die Oberin hatte Lilly verboten, die Tollkirschen zu essen. Von Mitnehmen hatte aber niemand etwas gesagt. Warum sollte Lilly nach Geheimtüren suchen? Immerhin kannte sie bereits zwei andere Wege in Garrets Geheimraum. Warum müssen wir hier gleich nochmal rumstehen? Wir sollen verhindern, dass das Kind versucht, vor der Therapie zu flüchten. Wenn möglich mit Gewalt. Hast du deine Taser-Pistole noch? Na klar. Andererseits hatte Garrett bisher selten daneben gelegen. Lilly würde es auf seine Weise probieren. Hallo Lilly, du willst doch nicht etwa mit dem Feuer spielen, oder? Nein. Wollte nur sicher gehen. Lilly hängte den Kessel vorsichtig an den Haken und achtete dabei pingelig darauf, nicht das Feuer zu berühren. Lillys Spezialtee war fertig. Sie nannte ihn pure Wahrheit, eine Räubusch-Tollkirschen-Mischung. Lillys Spezialtee, eine Räubusch-Tollkirche, eine Räubusch-Tollkirche, eine Räubusch-Tollkirche. Ähm. Ist Ihnen nicht gut? Sie sind ja geradezu hysterisch. Es ist diese Stickerei. Sie erinnert mich an meine K-K-Zeit. Ich war so ein dummes K-K-Zeit. Wollte unbedingt ein Einhorn als Haustier? Ein Einhorn? Ist das zu fassen? Aber geschenkt haben sie mir. Eine Tarantel. Ach, dann haben Sie diese Stickerei erstellt. Sotty starb während meines Versuchs, ihr mit einer Nagelpistole ein Horn in die Stirn zu tackern. Ich war ein so dummes K-K-K-K-K-K. Ich hasse Kinder. Verstehe. Die Erwachsenen schienen mit Erwachsenenproblemen beschäftigt zu sein. Dies war Lillys Chance. So gefiel die Oberin Lillys gleich viel besser. Sotty. Oh, Sotty. Was habe ich dir nur angetan? Lassen Sie alles raus. Ein Jammer, dass ich meinen Notizblock nicht dabei habe. Die Erwachsenen schienen mit Erwachsenenproblemen beschäftigt zu sein. Lillys wollte sie lieber nicht ansprechen. Das war also diese Sotty. Oh, Sotty. Lass ein J-Di-Erw-Lillys. Ähm... Gut gemacht, Lillys. Ich habe alles gehört, was ich hören wollte. Die Oberin ist offenbar vollkommen gaga. Ich hatte schon so etwas vermutet. Jetzt schnell, komm zu mir in den Geheimraum. Es gibt eine geheime Tür in der dunklen Ecke vor dem Büro. Direkt neben dem Außenkamin. Ach, verdammt. Du kannst natürlich kein Licht machen, weil du nicht mit Feuer spielen darfst. Das hatte ich ganz vergessen. Einen Moment. Lass mich nachdenken. Hm. Ich glaube, ich habe eine Idee. Es gibt keine Möglichkeit, eine durch Hypnose installierte Blockade zu durchbrechen. Es sei denn, du wirst erneut hypnotisiert. Es ist riskant. Aber du könntest dich selbst in Trance versetzen, um die Blockade direkt in deinem eigenen Unterbewusstsein zu bekämpfen. Aber sei gewarnt. Die Welt der Trance ist ein unheimlicher Ort. Wie ein paralleles Universum, das nur in deinem Kopf existiert. Sie ohne die Führung eines geschulten Hypnotiseurs zu durchwandeln, ist nicht ganz ungefährlich. Und die Blockaden, die der Doktor dir auferlegt hat, müssten dort mächtige Dämonen sein, die du nur im geistigen Zweikampf besiegen kannst. Hast du alles verstanden? Das musst du auch nicht. Noch nicht. Benutz einfach die Puppe, um dich selbst zu hypnotisieren. Und sobald du in Trance bist, suche den inneren Dämonen, der dich am Feuermachen hindert. Und vernichte ihn. Der lustige Hase mit den leuchtenden Augen saß unbeteiligt auf dem Stuhl. Ob Lily ein wenig mit ihm spielen dürfte? Du sollst nicht mit Feuer spielen, Wookie. Boogie. 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 Lily hatte sich mithilfe des Hasen wieder in die Welt der Trance versetzt. Auf den ersten Blick wirkte hier alles fremd und seltsam. Vollkommen alleingelassen kauerte sie in einer kalten Höhle, die von dem riesigen Auge der Oberen argwöhnisch beleuchtet wurde. So groß war der Unterschied zur Realität also gar nicht. Diesen Staring-Contest würde Lily verlieren. Lily hätte sich gerne etwas umgesehen, aber sie wollte nicht riskieren, von dem riesigen Auge der Oberen gesehen zu werden. Er staubt! Er staubt! Mein Auge brennt! Wer war das? Ein staubiges Fell diente der Höhle als Vorhang. Gab es denn hier keine Kinder, die alles sauber hielten? Es war eine hölzerne Keule, wie Lily sie nur aus Geschichten über Steinzeitmenschen, Trolle oder Baseballspieler kannte. Die Oberen kniff ihr tränendes Auge zusammen. Lily war vorerst unbeobachtet. Mein Auge brennt! Lily hatte eigentlich genug Rippen. Man konnte sie gut zählen, aber die Oberen hatte es verboten, weil es ihr den Appetit verdarb. Entweder machten hier Knochenjägerjagd auf große Tiere, oder jemand hatte angefangen, einen prähistorischen Webstuhl zu basteln. Lily traute ihren Augen kaum. Ein echter Zylinder. Direkt auf dem Kopf des sprechenden Schneemanns. Ein echt... Lily... Ein echter Zylinder. Lily war platt. Lily wollte ja nicht pingelig wirken, aber... Dies war wohl kaum der geeignete Platz für einen Schneemann. Ähm... Die Feuerstelle ist geschlossen. Artige Kinder spielen nicht mit Feuer. Du bist doch ein artiges Kind, oder? Aha. Na, siehst du. Es gibt keinen Grund für brave Mädchen wie dich, mit brennenden Gegenständen zu hantieren. Ähm... Keinen einzigen, verstanden? Lily war nicht überzeugt. Garrett hatte gesagt, sie solle das Feuer benutzen, um Licht zu machen. Das schien ihr schon ein triftiger Grund zu sein. Aber wie sollte sie den Dämonen nur davon überzeugen? Ähm... Ich bleibe dabei. Es gibt keinen Grund für brave Mädchen wie dich, mit brennenden Gegenständen zu hantieren. Hey, Finger weg. Ich brauche den Zylinder. Wenn du ständig mit einer Glatze in der Kälte rumstehen müsstest, würdest du das verstehen. Nach der Aktion mit dem Vorhang hatte die Oberin offenbar ihre Kontaktlinse herausgenommen. Seltsam. In der realen Welt trug die Oberin eine Brille. Aber in der realen Welt war die Oberin auch keine 20 Meter groß. Also ging das wohl klar. Na nun, was ist das? Was riecht denn hier so komisch? Es riecht nicht nach Karotte. So viel steht fest. Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Feuer! Ich branne! Nimm mir den Hut ab! Nimm ihn ab! Lilly wusste nicht so recht. Eigentlich war es ihr verboten, mit Feuer zu spielen. Nun tu doch was, Lilly. Nimm mir den Hut ab! Nimm ihn ab! Danke, Lilly, du hast mich berettet. Nun siehst du mal, was Feuer alles anrichten kann. Am besten mal durch die Finger davon. Lilly war ein wenig zerknirscht. Der Schneemann schien gar nichts gelernt zu haben. Danke, Lilly, du hast mich berettet. Aber ich bleibe dabei. Arzt, die Kinder spielen nicht mit Feuer. Das trug man jetzt so. Was soll das denn jetzt werden? Hey, lass das! Nein, nicht! Nein! Lilly hatte das Feuer entsorgt. Genau wie der Schneemann es ihr aufgetragen hatte. Hoffentlich hatte er jetzt eingesehen, dass es durchaus Situationen gab, in denen man mit Feuer spielen durfte. Gratulation! Lilly hat eine neue Fähigkeit erbauten. Sie ist nun in der Lage, das Verbot mit Feuerspielen zu umgehen. Dazu muss sie es einfach in ihrem neuen Verbote-Menü mit der linken Maustaste aufheben. Behaltet diese Option im Hinterkopf. Im Laufe des Spiels wird Lilly lernen, noch viele weitere Verbote auf diese Weise zu umgehen. Es kann aber immer nur ein Verbot zur selben Zeit aufgehoben werden. Wenn die Oberin in dunklen Nächten in ihrem Büro saß, zündete sie diese Fackeln an. Mit Hilfe der Fackel konnte Lilly endlich die geheimnisvolle Halterung inspizieren. Was für eine Überraschung! Es war eine Fackelhalterung. Von dem versprochenen Geheimgang fehlte jedoch nach wie vor jede Spur. Tatsächlich! Ein Geheimgang! Garrett hatte also wieder einmal Recht behalten. Lilly, du hast es geschafft! Perfekt! Ich glaube, du bist nun endlich bereit, die Wahrheit zu erfahren. Tja, wo soll ich nur anfangen? Vielleicht sollte ich mich erst einmal vorstellen. Mein voller Name ist Chief Deputy Garrett Gordon Gardengore. Ich arbeite als verdeckter Ermittler für das Jugenddezernat. Ich wurde undercover in dieses Kloster eingeschleust, um die Oberen zu observieren. Meine Aufgabe ist, Beweise zu finden, dass ihre Erziehungsmethoden gegen das Jugendschutzgesetz verstoßen. Aber der weitaus größere Fisch ist Dr. Marcel. Gegen ihn ist die Oberen die reinste Nonne. Lilly konnte kaum glauben, was sie da hörte. Aber nun ergab alles einen Sinn. Der geheime Raum, die Abhörapparate und die seltsamen Stimmen, die sie nachts immer hörte. All das fügte sich nun zu einem stimmigen Gesamtbild zusammen. Bevor du mir deine Fragen stellst, lass mich noch kurz eine Sache zu dieser Hypnose loswerden. Diese H-W-Hypnose ist eine teuflische Erfindung des Doktors. Er nutzt offenbar diesen Stoffhasen, um dir seinen Willen aufzuzwingen. Wenn wir hier raus wollen, dann musst du dich gegen diese Verhaltensregeln zur Wehr setzen, die er bei dir installiert hat. Ähnlich wie das Verbot mit Feuer zu spielen, kannst du auch die anderen Blockaden umgehen. Dafür musst du dich allerdings wieder in Trance versetzen. Die erste Herausforderung wird sein, das Schulgelände zu verlassen. Es wurde dir von der Oberen verboten. Und aufgrund der Blockade ist es dir nicht möglich, ungehorsam zu sein. Der Trick ist auch hier, das Problem während der Trance zu bekämpfen. Wir sollten das Problem vor Ort angehen. Lass mich ausreden. Wie gesagt, Dr. Marcel ist der viel größere Fang. Die Polizei ist ihm schon seit längerem auf den Fersen. Er steht unter dem Verdacht, illegale Therapiemethoden einzusetzen, um Kindern ihrer Kindlichkeit zu berauben. Und die Hypnose, die er an dir durchgeführt hat, festigt diesen Verdacht. Die Polizei rufen? Ha, Lilly, ich bin die Polizei. Ich kann dir helfen und dich in Sicherheit bringen. Wir müssen nur irgendwie vom Schulgelände herunterkommen. Der beste Weg ist wahrscheinlich, den Sporen deiner Freundin Edna zu folgen. Aber erst einmal wollte ich ja deine Fragen beantworten. Also? Keine Fragen? Äh, äh. Enttäuschend. Aber na gut. Auf zum Schaukelbaum! Hallo, Lilly! Du willst doch nicht etwa das Schulgelände verlassen, oder? Das hat die Oberin doch verboten. Und du weißt ja, du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Man kann viel Spaß haben, ohne sich den Regeln der Erwachsenen zu widersetzen. Wir könnten deine Murmeln nach Farben sortieren. Oder uns einen Abzählreim fürs Wäsche zusammenlegen ausdenken. So verlockend sich die Anregungen des lustigen Hasens auch anhörten. Lilly musste durch den Zaun und Edna finden. Da war schon wieder dieser lustige Hase von vorhin. Einerseits freute sich Lilly über die Gesellschaft. Andererseits wollte er sie nicht vom Schulgelände lassen. Und Lilly sah gar keine Schnur zum Hypnotisieren. Sie brauchte einen besseren Plan. Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Ist ja auch gar nicht nötig. Es gibt so viele spaßige Dinge, die erlaubt sind. Zählen! Oder mit Wollknäueln spielen! Eigentlich sollte das Wollknäuel ja als Symbol der Freundschaft für alle Zeiten in der Schatztruhe bleiben. Aber Lilly gingen langsam die Optionen aus. Was hast du da? Darf ich das mal sehen? Aha. Oh! Ein Wollknäuel! Jippie! Das ist ja... Das ist ja... Wookie! 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 Lilly hatte sich mit Hilfe des Hasen wieder in die Welt der Trance versetzt. In der Ferne sah sie die Riesenoberin vor ihrer Höhle umherstapfen. Und dort, wo in der Realität das Loch im Zaun geklafft hatte, gab es hier ein Spinnennetz, in dessen Mitte eine riesige Spinne hockte. Dies musste der zweite Dämon sein, den es zu bezwingen galt. Eine riesige Spinne blockierte den Pass, der vom Berg hinab führte. Ihre Augen funkelten angriffslustig. Ob sie sich wohl streicheln ließ? Das wusste Lilly in der Tat. Aber Garrett hatte auch gesagt, dass sie hier im Kloster nicht länger sicher war. Die Regeln der Erwachsenen schienen Lilly plötzlich lückenhaft. Wie konnte sie dem Spinnendämon nur beibringen, dass die Oberin auch nicht immer recht hatte? Kssst! Zwischen all den abgenagten Menschenschädeln lag eine Rippe, die Lilly an das Horn eines Einhorns erinnerte. Lilly war begeistert. Die Teergrube blubberte einladend. Leider hatte Lilly keine Zeit für ein Bad. Lilly war gespannt, ob das wohl irgendeinen Effekt haben würde. Sotzi! Als Lilly sah, wie die riesige Oberin die Spinne in den Arm nahm, wurde ihr ganz warm ums Herz. Plötzlich wirkte die Oberin gar nicht mehr so groß und erwachsen. Mit einem wohligen Lächeln auf dem Gesicht erwachte sie aus ihrer Trance. Lilly hatte die zweite Blockade gelöst. Sie konnte zwar nur ein Verbot zur Zeit umgehen, aber das war besser als nichts. Als Lilly den Klosterberg hinabstieg, hatte die Dämmerung bereits eingesetzt. Du bist spät dran. Wo warst du nur so lange? Ähm... Spar dir das. Es gibt eine Zeit des Redens und eine Zeit des Handelns. Und es gibt diese dritte Zeit. Die Zeit des auf der Polizeiwache hockens und Formulare ausfüllens. Und diese Zeit ist jetzt. Äh, äh. Was ist denn jetzt noch? Äh, sag nichts. Du willst deine Freundin, diese Dings, na, diese Edna finden. Stimmt's? Äh. Ich dachte mir gleich, dass das Mädchen Überstunden bedeutet. Aber falls sie wirklich noch lebt, gehört das wohl auch zu meinen Pflichten. Wobei ich es für viel wahrscheinlicher halte, dass Dr. Marcel sie bereits gefunden und in einem Gartenhäcksler zu Schweinefutter verarbeitet hat. Wenn dem so ist, dann finde ich das auch raus. Du musst dir also keine Sorgen mehr um deine kleine Freundin machen. Äh. Warum muss ich auch immer so verdammt mitfühlend sein? Es ist ein Fluch. Na gut. Du wartest hier, während ich weitere Ermittlungen anstelle. Ich werde den Weg zur Anstalt überwachen. Vielleicht erfahre ich auf diese Weise etwas. Wenn ich etwas herausgefunden habe, gebe ich dir das Signal. Ich imitiere ein Huhu. Huhu. Und so weiter. Du wirst das schon mitbekommen. Warte hier auf mich. Es dauert sicher nur wenige Stunden. Lilly war sehr froh, dass Ednas Schicksal nun in den Händen dieses äußerst kompetenten Jugendermittlers lag. Dennoch hätte sie ihn gerne auf die Karte mit dem Weg zu Ednas Versteck hingewiesen. Doch Garrett war bereits verschwunden. Lilly riskierte selbst einen Blick auf die Karte. Sie konnte den Moorsee von hier aus sehen. Ednas Versteck konnte ja nicht weit sein. Du willst doch nicht im Dunkeln ins Moor laufen. Weißt du denn nicht, dass das sehr gefährlich ist? Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Es gibt so viele andere schöne Orte, an denen Kinder sich aufhalten können. Zum Beispiel das Landwirtschaftsmuseum oder das Berufsinformationszentrum des Arbeitsamtes. Langsam fand Lilly den lustigen Stoffhasen gar nicht mehr so lustig. Trotzig riskierte sie einen weiteren Blick auf die Karte. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Oh, ähm, ich... Das tut mir leid. Ich wollte dich bestimmt nicht erschrecken. Wir sind doch Freunde. Und mit Freunden macht man keine Scherze. Wir sind doch nicht reineinander. Dir ist doch nicht so lustig. Wir sind doch nicht собствен eine richtige Scherze. Sach zu wissen, dass das gemeinsam in den Sachen tun ist.